Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will auch erstmal mit dem Positiven anfangen. Der Antrag hat tatsächlich ein paar Punkte, die ich auch mit unterstütze, die auch wir mit unterstützen. Ich fange mal an. Punkt eins, die Asylverfahren müssen weiter beschleunigt werden. Das sehen wir auch so. Punkt zwei, der Personalschlüssel in den Jobcentern sollten dem SGB II angegebenem Verhältnis entsprechen. Das sehen wir auch so. Das ist dringend notwendig. Vor allem, je mehr die Jobcenter natürlich mit der Flüchtlingsfrage betroffen sind. Ich besuche die auch. Da haben Sie recht. Punkt drei, die Anpassungsqualifizierung sollte ausgebaut werden. Haben Sie auch recht. Wir tun das auch alle schon. Ja, und wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Ich möchte bitte nur an eines erinnern. Wir stehen natürlich jetzt vor einer Herausforderung. Die haben wir alle von einem Jahr nicht gesehen. Ich habe vor einem Jahr eine Rede gehalten bei der KAB und habe gesagt, passt mal auf, wir hatten im Jahr 2014 30.000 Flüchtlinge. Wir erwarten im Jahr 2015 das Doppelte 60.000 Flüchtlinge. Das war im Januar 2015. Ergebnis bekannt, eine Million. Dass jetzt nicht alles immer sofort funktioniert, dass nicht alle Strukturen, nicht alles, was wir haben, gleich funktionieren kann, muss jeden, glaube ich, einleuchten. Aber eines ist auch klar. Wir haben unglaublich viele gute Ideen, pragmatische Lösungsansätze auf der Bundesebene, aber auch in den Ländern, in den Kommunen. Man muss denen auch die Zeit geben, dass sie wirken. Drei Dinge haben Sie aber in Ihrem Antrag nicht so richtig, glaube ich, gesehen. Da will ich noch einmal darauf eingehen. Das ist nämlich, wenn Sie fordern, sofort für jeden, egal wo er herkommt, den Zugang in den Arbeitsmarkt. Die Einschätzung teile ich nicht. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich sage Ihnen auch, warum. Die Kollegin Kolbe hat das schon ziemlich gut ausgeführt. Deswegen will ich es nur noch kurz streifen. Die Frage der Qualifizierung. Wir haben eben nicht bei allen, die hierher sind, ein Qualifikationsniveau, das die Einbettung in den Arbeitsmarkt oder in die Berufsausbildung ermöglicht. Drei Zahlen nur. Ein Viertel der Flüchtlinge hat weniger als fünf Jahre eine Schule besucht. 62 Prozent hat in ihrem Leben weder ein Studium abgeschlossen noch eine Berufsbildung abgeschlossen oder begonnen. Und 44 Prozent der Beschäftigten Syrer, Iraker, Afghanen oder Eritreer hatten lediglich einen Helferjob. Das reicht bei unserem Arbeitsmarkt eben noch nicht, um einen sofortigen Arbeitsmarktzugang zu rechtfertigen. Somit sind das auch nicht die Fachkräfte von morgen. Das sollen sie auch nicht sein. Da komme ich gleich noch einmal zu. Zweiter Punkt, die fehlende Sprachkenntnis. Wenn Sie mit den Betrieben sprechen vor Ort, ist die fehlende Sprachkenntnis das Hauptproblem. Das ist schön, dass Sie sich melden. Ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr, wie wir gesagt haben als CSU in Kreuth, wir möchten gern, dass alle Flüchtlinge, alle Ausländer die Sprachprobleme haben, aber zu Hause Deutsch sprechen. Wissen Sie, was Sie uns vorgeworfen haben? Zwangsgermanisierung. Was für ein Schwachsinn. Mittlerweile weiß jeder, dass die Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Wer das negiert, ist nicht an der Integration der Menschen interessiert, sondern an der Ideologie. Nächster Punkt, an dem ist mir jetzt das Wichtigste. Die Vermischung von Arbeitsmigration und Asyl. Wissen Sie, wenn Sie schreiben, und es gibt ja auch ein paar aus der Wirtschaft, die haben das immer wieder gesagt, das finde ich furchtbar, wir brauchen die Flüchtlinge, um unsere Fachkräfte und Demografieschwierigkeiten zu überwinden. Oder wir brauchen die Flüchtlinge, jetzt haben Sie es fast geschrieben, um die Sozialkassen zu unterstützen. Meine Damen und Herren, die Menschen, die hierher kommen aus Syrien, die leben im Krieg, die kommen nicht herher, um Sozialkassen zu füllen, sondern die kommen hierher, weil sie zu Hause nicht leben können. Damit eine Vermischung zu machen, Arbeitsintegration mit Flucht gleich zu setzen, wird weder dem Menschen gerecht, noch hilft es irgendjemand im Land. Doch genau das machen Sie. Jetzt sage ich Ihnen noch einmal was. Sie stellen sich hierher und wollen einem Menschen helfen. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Bodmer? Herr Zech, ich möchte hier mal ein Missverständnis aufklären. Wir gehen davon aus, dass die Menschen hierher flüchten, vor Krieg flüchten, vor Verfolgung flüchten, um ihr Leben bangen. Aber wenn sie hier sind, dann möchten die Flüchtlinge, und das ist dann auch gut für die deutsche Gesellschaft, dann möchten und sollen diese Flüchtlinge arbeiten. Und dafür muss man auch etwas tun. Darin muss man die Flüchtlinge unterstützen. Und das hat zunächst einmal gar nichts damit zu tun, dass wir die Flüchtlinge instrumentalisieren, um hier den Fachkräftemangel zu decken. Aber es macht schon Sinn, Flüchtlinge, die Fachkräfte werden möchten und hier arbeiten möchten, aus dieser Situation für beide eine Win-Win-Situation zu machen. Und dann noch mal eine Frage, Herr Zech. Wenn es dann so ist, dass wir tatsächlich einen Fachkräftemangel haben, und das werden Sie ja wahrscheinlich nicht bestreiten, warum in Gottes Namen müssen Flüchtlinge, die hier bereits ein Arbeitsangebot haben, die eine hohe Qualifikation haben, in ihr Heimatland zurück, um dort dann, Stichwort Balkanflüchtlinge, um dort, von dort dann hochkompliziert, wieder einen Antrag zu stellen, damit sie zurückkommen. Was soll das? Okay. Kann ich beides beantworten? Ich frage mal bei Punkt 1 Ihrer Frage an, Frau Puttmann. Danke, dass Sie es klargestellt haben. Dann schreiben Sie es bitte aber auch rein. Dann schreiben Sie es rein. Sie haben es nicht reingeschrieben. Das habe ich angesprochen. Wenn Sie es klarstellen, wir sprechen hier nicht über ein Jobmotor. Wir sprechen hier nicht über das vierte Wirtschaftswunder. Wir sprechen hier über die größte humanitäre Krise im Nahen Osten. Über das sprechen wir. Dann schreiben Sie es bitte auch rein. Zweiter Punkt auf Ihre Frage. Danke. Ja, dann hätten Sie es vorher machen müssen. Dann müssen wir auch darüber sprechen. Westbalkan. Jetzt sind wir bei einer grundsätzlichen Frage. Sie haben ja recht bei dem Westbalkan. Wir haben im Westbalkan, das meinen Sie ja mit Ihrer Frage, wirtschaftliche Probleme. Bestreitet keiner. Ob das in Kosovo ist, in Mazedonien, Montenegro, das ist so. Sie werden aber die Probleme des Westbalkans nicht in Deutschland lösen. Was wir brauchen, ist einen Marshallplan für den Balkan. Das heißt, wir wollen hier nicht die Menschen aus dem Balkan bei einer Anerkennung. Wir haben eine Anerkennungsquote von Balkanstaaten von 0,2 Prozent. In Ihrem Antrag fordern Sie, dass alle, die hier asylberechtigt sind, doch, ich habe es schon verstanden, Sie müssen nur zuhören, Frau Müller-Gemmeke. Ich glaube, Sie haben es nicht verstanden, dass alle, die hierher kommen, dass alle, die hierher kommen, sofort das Recht haben, eine Ausbildung zu machen, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Das wollen wir nicht. Sie können den Balkan nur stützen, wenn die Menschen auch zu Hause die Länder wieder aufbauen. Das können Sie nicht hier. Das ist nicht nur inhuman, das ist volkswirtschaftlich auch wieder schädlich. Und somit ist es in keinster Weise in unserem Interesse. Das zur Beantwortung Ihrer Frage. Und da kommen wir auch zum letzten Punkt. Es gibt ja schon Maßnahmen, die flankierend greifen, ob das die Early Intervention ist, Integration Point oder die Einstiegsqualifizierung. Was wir allerdings nicht machen, ist, dass, wie Sie gefordert, die Vorrangprüfung aufgehoben werden soll. Die Vorrangprüfung ist notwendig. Es gibt Möglichkeiten, nach Deutschland eine Arbeitsmarktmigration zu steuern. Das tun wir. Wir haben die Blue Card. Wir haben verschiedene Instrumente, die funktionieren auch. Was wir nicht wollen, und dafür verwehren wir uns, eine Mischung zwischen Migration und Flucht. Das eine mit dem anderen aufzuwiegen, ist aus meiner Sicht unredlich. Lassen Sie uns, wir stehen ja kurz vor Ostern, das ist das Fest der Hoffnung, ja, lassen Sie uns doch einfach mit den Punkten, die wir vorgeschlagen haben, auch Hoffnung, Bartel, auch Hoffnung, gemeinsam daran arbeiten. Lassen Sie uns die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, evaluieren. Wir haben allein als Freistaat Bayern eine halbe Milliarde jetzt ausgegeben für Integration. Wir haben gemeinsam mit der VBW, mit den Handwerkskammern, mit den IHK, ein Programm aufgelegt, um 20.000 Jugendliche bis 2016 Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, bis 2019 60.000. Das ist vernünftige Flüchtlingsarbeit. Das ist Prosa. Das hilft nichts. Lassen Sie uns arbeiten. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Kerstin Griese für die SPD-Fraktion.